Herr Maurer, wie sind Sie zufrieden mit dem Flugzeug? Das ist ein einmaliges Erleitnis für die Schweiz, dass wir so etwas herstellen können. Ich glaube, das ist ein tolles Flugzeug für den Bundesrat. Sind Sie schon drin gewesen? Nein, noch nicht. Ich freue mich drauf. Also Sie haben heute noch Möglichkeiten, zu reingehen? Ja, probieren ist noch nicht so nötig. Ich fliege dann weiter. Sie haben ja einen für den Bundesrat bestellt bzw. wollen einen bestellen. Wie sind Sie zuversichtlich, dass der Gesamtbundesrat dann zustimmen und auch das Parlament, dass Sie den tatsächlich für den Bundesratsflug haben können? Der Gesamtbundesrat hat zugestimmt und das Parlament kann eigentlich nur über das Budget verhindern. Aber ich denke, das Parlament ist so stolz, dass man endlich mit einem Schweizer Flugzeug als Schweizer Bundesrat ins Ausland kann, dass das sicher kein Problem gibt. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie nicht so gerne ins Ausland gehen. Jetzt wird das etwas schöner, wenn Sie aus der Schweiz fliegen mit so einem Flugzeug. Ich bin bekannt, dass ich gerne reise. Nur gehe ich auch auf eigene Kosten. Aber unsere Flugzeuge sind eigentlich ständig unterwegs. Also der wird ständig gebraucht werden.